Herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Vertriebsthema, mit dem sich immer mehr Verkäufer, aber auch Netwerker auseinandersetzen. In der heutigen Zeit, wo an jeder Ecke auf Social Media Geschäfte angeboten werden und es den Anschein macht, dass sich hier die Kundenakrise irgendwie von ganz alleine erledigt, stellt sich die Frage, ist online wirklich effizienter und effektiver, als wenn man sich mit den Menschen persönlich trifft. Mehr dazu in meinem nächsten Videobeitrag, der in Kürze erscheinen wird. Untertitelung. BR 2018